Außen knusprig, innen, schön scheißel. Bei Pommes fällt es Kleinen und Großen echt schwer Nein zu sagen, obwohl sie als deftige Kost gelten. Speisen aus der normalen Fritteuse sind sehr ungesund, da die speisen sich sehr mit Fettvollfetten. Dadurch erhöht sich der Fettgehalt um ein Vielfaches. Damit soll jetzt Schluss sein. Gesunde Nuss bei Pommes und vielen anderen Speisen. Das versprechen Heißluftfrisösen dank niedriger Temperatur. Mark nimmt drei dieser Geräte genauer unter die Lupe. Die DM1731720 Heißluftfrisöse von Meme für 95,95 Euro. Die Tefal Friday Light FX 1017 für 7 Euro. Die Philips HD 92202220 Airfry für 149,99 Euro. Alle Geräte funktionieren nicht. Untertitelung im Auftrag des ZDFs.